Was hat Ihnen oder wie hat es Ihnen gefallen heute bei der Firma Schlagmann am Messestand? Mir hat es super gut gefallen, es war super lustig und hochinteressant. Und was war für Ihnen das interessanteste oder das neueste, was Sie heute erfahren haben können bei uns am Stand? Eier Bier war hochinteressant und der S8 war natürlich auch ein Highlight, ein technisches Highlight, das man mitnehmen muss. Also, Bier und S8, das sind die Messie-Highlights beim Schlagmann. Genau so ist es.